Ich bin Maracha und heute stellen wir euch die IGLÄ vor. Das ist wohl die halbwegs französische Aussprechweise für dieses Schiff. Zu deutsch Adler. Ich werde sie einfach Adler nennen, weil es für mich einfacher ist, das auszusprechen. Ja, hier nochmal das Bild und wir gehen gleich ingame und werden wir dann ein bisschen genauer auf das Schiff eingehen. Es ist hier ein T6-Zerstörer der Franzosen und hier steht er schon im Hafen. Die X13-Variante. Historisch gesehen war das Schiff designt als Führungsschiff der Zerstörerklasse in den 1920er Jahren und wurde am 10.10.1932 zu Wasser gelassen, kann man sagen. Und fing dann an, im Vichy-Regime richtig in den Krieg sozusagen einzugreifen. Unter dem Vichy-Regime sozusagen am 27.11.1942 wurde das Schiff sehr, sehr, sehr stark beschädigt und wurde bis 10.07.1943 repariert. Das alles hat dann nur ein paar Monate gehalten und dann kamen die amerikanischen Bomber und haben das Ding final versenkt am 24.11.1943. Viel mehr kann man zu diesem Schiff aktuell nicht finden und auch nicht sagen. Ich persönlich finde, es ist schon sehr krass und sehr stabil. Erinnert mich so ein bisschen an so deutsche Zerstörer. So von verschiedenen Statistikpunkten her können wir gleich nochmal darauf eingehen. Aktuell habt ihr die Chance, auf drei Wegen oder auf zwei Wegen zu diesem Schiff zu kommen. Der dritte Weg, der ist dann der unsere. Ja, auf zwei Wegen zu diesem Schiff zu kommen. Einmal im Premium-Store für 18 Euro, für 25 und für 30 Euro jeweils in verschiedenen Paketen zu erwerben. Und dann habt ihr diesen T6-Zerstörer in eurem Hafen stehen. Und ja, oder ihr erspielt ihn euch in der Kampagne, die freigeschaltet ist ab heute. Und ja, habt dann bis Ende März 18 von 26 Gefechten gefahren. Sobald ihr 18 vollständig habt, steht das Ding hier auch im Hafen und kommt mit einem 6er Kapitän. Der aber nicht komplett ausreicht, um das Schiff perfekt oder ganz gut zu fahren. Das möchte ich gleich vorweg nehmen. Und dann fangen wir oben mal an. Ganz besonders interessant. Trefferpunkte, 17.000. Der absolute Hammer auf T6 gibt keinen Zerstörer, der mehr Trefferpunkte hat als die Ägile. Da gibt es gar nichts drum rund zu reden. Die Ägile kommt noch halbwegs mit. 16.500 Trefferpunkte hat dieses Schiff. Und hier sind es eben 17.000. Ja, dann geht es weiter. Eine ganz besondere Geschichte ist die Artillerie. 5x1-Rohr, 139 Millimeter, ebenfalls die größte Artillerie-Kaliber auf T6, was sich auch dementsprechend in den verschiedenen Damage-Arten bemerkbar macht. Ich gebe einmal noch mal ganz kurz um die Panzerungsanordnung zu eingehen. Die spielt zwar als Zerstörer jetzt nicht so groß die Rolle, deswegen will ich auch nicht zu viel davon erzählen. Aber wir haben hier bis 16 Millimeter. Ihr seht, ja, keine besonderen markanten Punkte. Hier 16, 16, 16, überall 16. Da sind es 10. Ja, hier vorne sind es 3. Ja, also nichts Besonderes, wo man jetzt sagen müsste, boah, krass, keine Ahnung. Also kommen wir wieder zu der Hauptbatterie zurück. Ihr seht es hier, Ladezeit 4,8 Sekunden, ist jetzt nicht gerade die schnellste Nachladezeit, aber verkraftbar durch den hohen Alpha-Schaden, den die Granaten machen. Turm-Dreh-Zeit 27,7 Sekunden. So, ziemlich das Langsamste, was es im Spiel gibt auf T6. Und ja, die maximale Streuung hier 103 Meter. Er hat hier ein bisschen was geskillt, hat Module drin, deswegen sind es in Tatsache 111 Meter. Ja, und ja, dann kommen wir zum HE-Schaden. Der hat 2000, der HE-Schaden, und ist damit ziemlich weit oben angesiedelt. Ich bin der Meinung, es gibt auch einen Zerstörer, der hat 2100 HE-Schaden. Damit ist das Schiff ganz oben mit dabei, aber nicht das Beste. Und dann haben wir hier eine Brandwahrscheinlichkeit von 11,5% angegeben. Die Brandwahrscheinlichkeit müsst ihr 2,5% vorneweg rechnen, weil der Kapitän hier 2% bekommen hat, wie ihr seht. Und eine Flagge ist hier auch drauf gesetzt. Ich bin hier im Gast-Account, ist nicht mein eigener Account. Deswegen möchte ich hier nicht so viel verändern, sondern möchte euch das erzählen. Gedankenswerterweise hat Scotty75 mir den Account für dieses Video zur Verfügung gestellt. Und ja, er ist bei uns im Klaren, von daher vertraut man sich da auch untereinander. Und ja, wäre schlimm, wenn ich als Streamer das Vertrauen nicht wert wäre, sozusagen. Von daher, vielen Dank. Ja, der AP-Schaden 2600 ist auch der zweithöchste, denn die Gede hat 3000 auf der Klasse. Also wie gesagt, das Schiff ist überall oben mit dabei. Er wird wahrscheinlich auch ein bisschen näher an dem Alpha-Schaden jedes Mal dran sein, wenn die Granate einschlägt, einfach durch das größere Kaliber. Ja, also die Verhältnismäßigkeit, wie nah man immer am Alpha-Schaden ist, hängt natürlich an, wo man trifft und so weiter. Aber ich denke, durch das größere Kaliber machst du schon von Hause aus einfach mehr Schaden. So, ja, AP-Granatengeschwindigkeit sind 700 Meter die Sekunde, damit nicht das allerschnellste. Aber auch nicht so, dass es vom Himmel fällt. Das wäre ja dann nicht mehr so zielführend. Ja, dann, der nächste Punkt sind die Torpedo-Werfer. Zweimal drei Rohre, 550 Millimeter. Und jetzt kommt eine der krassen Highlights neben dem Kaliber der Geschütze. Die Torpedo-Werfer haben einen Alpha-Schaden pro Torpedo 18.400. Absolut Outstanding. So um die 2000 Punkte mehr, als die Fubuki hat. Und das ist auf T6 der stärkste Torpedo-Werfer, der auf alle schießen kann. Dann nehmen wir jetzt mal die Tiefwassertorpedos, die wir hier ja noch mit drin haben. Die gibt es natürlich auch noch, aber selbst die haben nicht so viel Schaden. Hier sieht man 16.700. Aber hier sieht man 73 Sekunden ist die Nachladerzeit bei der Fushun. Und wir haben hier mit der Agile 77 Sekunden und machen viel mehr Schaden. Also ist schon richtig krass, wenn hier die Torpedo-Bewachungskompetenz zum Beispiel mit Reinskills sind dann schon mal 10%. Das sind also 7,7 Sekunden weniger. Dann sind wir schon bei unter 70 Sekunden. Und wenn man dann noch Adrenalinrausch aufgrund der hohen Trefferpunkte auf dem Zerstörer hier zum Beispiel skillen würde, würde man noch mehr von dieser Zeit reduzieren können und dann um die Minute 5 ungefähr landen. Was dann schon richtig krass ist, auch wenn die Torpedos nur 7 Kilometer weit kommen. Was uns in die Lage versetzt, wenn man einen 10er Kapitän hat und nur dann, wenn man mindestens einen 10er Kapitän hat, verdeckt torpen zu können. Allerdings mit einer ganz schmalen Grenze von nur 200 Metern. Also ein Verdeckt torper ist es nicht unbedingt. Das muss man optimal timen und seinen Zerstörer perfekt kennen. Das macht man nicht nach 10 Gefechten so. Das heißt, üben, üben. Üben ist hier wirklich wichtig, wenn man verdeckt torpen möchte. Aber ja, die Feuerreichweite mit 12,8 ist sehr, sehr überdurchschnittlich. Besser auch als die Fahrer gut, was ein typisches Kanonenboot ist. Und mit der verbesserten Schießausbildung kann man hier dann auch locker bis auf 15 Kilometer hoch skillen. Auch die Nachladezeit kann man da nochmal reduzieren. Wenn man da zum Beispiel die Schießgrundausbildung skillt, kriegt man nochmal 10 Prozent reduziert. Die 139 Millimeter sind da genau die Schwelle. Hört der 140 gehabt, wäre das nicht mehr möglich. Mit 139 liegt man genau auf diesem Punkt und kann davon noch profitieren. Was ziemlich interessant sein kann, wer so skillen möchte. Die Flugabwehr können wir größtenteils vernachlässigen. Die ist auf dem Ding nur Attrappe, kann man sagen. Bin vorhin mal eine Runde im Koop gefahren und versuchte ein Spotflugzeug runterzuschießen. Das habe ich in einer Minute nicht geschafft, obwohl der Flugzeug direkt über mir kreiste. Einmal noch zurück, Torpedogeschwindigkeit 57 Knoten ist verhältnismäßig langsam im Verhältnis zu den ganzen Mitbewerbern, die man hier hat. Die sind dann zwischen 5 bis 10 Knoten schneller teilweise. Gut, dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Und das ist jetzt wirklich interessant, weil hier sehr, sehr viel angelehnt ist an die Gede, meiner Meinung nach. Die Ruderstellzeit ist sehr ähnlich wie bei der Gede. Der Wendekreis ist 10 Meter geringer als bei der Gede, 690 Meter. Viele andere Schiffe wie die Faragut, die Fubuki, die Fushun haben eine viel schnellere Ruderstellzeit und einen geringeren Wenderadius. Also der Wenderadius ist schon ziemlich heavy, muss man einfach sagen. Er ist ja auch ein Heavy-Zerstörer. 4,1 Sekunden Ruderstellzeit. Wir können uns gerade die Gede angucken. Die steht bei 4,1, aber 690. Also wer Gede fahren kann, kann auch die Egil von der Manövrierbarkeit gut einschätzen. Was halt ziemlich schwierig ist, ist einfach durch die langsame Turmdrehzeit mit, was hatten wir hier gesagt, 27,7 Sekunden und der schlechten Wendigkeit zusammen, ist es nicht so einfach, die Geschütze auf dem Ziel ausgerichtet zu lassen, wenn man dabei Ausweichmanöver macht. Das heißt, der direkte Kampf gegen Zerstörer ist dann auch nicht ganz so einfach, auch wenn man da wiederum mehr Trefferpunkte für hat, im Vergleich zu anderen Zerstörern. So, und dann kommen wir schon zur Verborgenheit. Die Verborgenheit ist hier, wie gesagt, mit einem 10er Kapitän bis auf 6,8 runterzubringen. Vorher ist man bei 7,5 standardmäßig. Zur Luft ist man hier bei 3,9. Sonst ist man bei, jetzt lass mich ganz kurz überlegen, ich glaube, 4,5 Kilometer oder 4,4 Kilometer bei der Luft erkennbar. Entfernung zur sicheren Erfassung ist standardmäßig 2 Kilometer. Das kommt auf das Schiff gegenüber an. Ob man vielleicht ein bisschen früher aufgeht. Das ist aber erst in höherer Tierstufe nachher wirklich relevant. Und jetzt kommt noch ein Punkt, der gerne vernachlässigt wird, der aber doch sehr wichtig ist. Und zwar die Erkennbarkeit nach Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel. Das ist wirklich ein Wert, der ist der höchste auf T6. Alle anderen Zerstörer, die ich hier mir angeguckt habe vorher, haben einen niedrigeren Wert. Sogar die Gede geht runter, die Gallant ist hier bei 2,4. Ja, die Gede ist hier bei 3,2. Ist doch nicht, ja, ist aber einer der höchsten Werte. Die Gede geht auch so weit auf, Entschuldigung. Aber ist einer der höchsten. Und das wiederum ist halt anstrengend, wenn man dann doch mal relativ weit vorne mitkämpft und der Gegner auf einen zurückt. Da muss man halt aufpassen, dass man relativ früh anfängt, die Stellung zu wechseln und mit dem Schießen aufzuhören, weil man schon bei über 3 Kilometer eben aufgeht. Was andere Zerstörer größtenteils eben nicht tun. Ja, das ist für mich einer der Punkte, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. So, und jetzt haben wir hier einmal die ganze Geschichte durch. Und jetzt gucken wir uns hier noch einmal an, so wie es aktuell möglich ist. Und wir haben hier Schadensbegrenzung Team 2 drin mit Aktiv für 5 Sekunden. Ladezeit ist dann 40 Sekunden oder Schadensbegrenzung Team 1, wenn man das nicht möchte. Der Schadensbegrenzung Team 2 hat eine Ladezeit von 60 Sekunden. Ich persönlich sage immer, Premium Schiff, Premium Verbrauchsmaterial. Weil man verdient sowieso mehr Geld mit dem Premium Schiff. Also wer es anders macht, ist meiner Meinung nach noch ein bisschen suboptimal. Jetzt sei denn, man braucht ganz dringend irgendwie Kohle. Aber in der Regel sollte man das doch irgendwie einigermaßen gut steuern können. So, der Nebelerzeuger. Der Nebelerzeuger 1 ist aktiv für 20 Sekunden und die Nebelwand ist aktiv für 81 Sekunden. Heißt also, steht man gleich von Beginn an in dem Nebelerzeuger drin, hat man für 101 Sekunden Nebel. Beim Nebelerzeuger 2 ist der Wert gleich, bloß dass man nach 160 Sekunden schon wieder nebeln kann. Und das ist meiner Meinung nach auch eine ganz wichtige Sache. Also, Nebelerzeuger 2 Pflicht. Wenn man das Schadensbegrenzung Team schon nicht unbedingt damit reinbauen will, dann aber den Nebelerzeuger, weil das eine der Kernkompetenzen des Zerstörers ist. Und dann kommen wir zu dem Motorboost. Und der ist wirklich besonders, weil der nicht, wie bei anderen Schiffen, 8% mehr Geschwindigkeit bringt, sondern 20. Und das ist auch wieder eine typisch französische Eigenschaft. Ja, schnelle Boote, wendige Boote. Wendig ist der Zerstörer jetzt nicht so unbedingt, aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Mit der Flagge und dem 20% Motorboost kommt man auf 45 Knoten raune baut. Was dann auch so bedeutend ist, dass man sagen kann, dem Zerstörer fährt keiner davon. Ist man einmal aufgedeckt und die macht Jagd auf einen, wird es ziemlich, ziemlich schwierig, weil die ja dann auch noch so viele Trefferpunkte hat. Also, da müsst ihr wirklich zwei Minuten aushalten und dann könnt ihr hoffen, dass ihr da langsam wieder Distanz dazwischen bringt. Wird also sehr, sehr schwierig. Auf einem offenen Wasser zumindest. Und hier, der Motorboost 2 hat genau die gleiche Höchstgeschwindigkeit, also 20% Boost, ist aktiv für 120 Sekunden und eine Ladezeit von ebenfalls 120 Sekunden. Und davon hat das Ding drei Ladungen respektive zwei. Ja, hier ist der Inspekteur nicht geskillt, also sind da theoretisch sogar vier Ladungen drin, theoretisch. Das ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Sache, dass man darauf mal eingeht. Verbauen kann man in diesem Zerstörer die üblichen Module, entweder Schadensbegrenzung, Antriebsmodifikation und Steuergetriebe-Modifikation. Da muss man eben gucken, ob man Antrieb nimmt oder Steuergetriebe, je nachdem, wie einem dazu liegt. Hier hat man die Zielbewaffnung-Modifikation 1, das hat er hier eingebaut, 7% Streuung reduziert und die Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer erhöht. Dann gibt es hier die üblichen Hauptbatterie-Modifikation und die Flak-Bewaffnung, so ist das auf dem Live-Server zumindest hier so dargestellt. Dann haben wir hier die Schadensbegrenzungs-Modifikation, dann Antriebsmodifikation oder Steuergetriebe-Modifikation. Ich persönlich würde hier wahrscheinlich zur Schadensbegrenzung-Modifikation greifen, einfach weil man ja auch mal brennt. Und gerade wenn man so viel Struktur hat, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man mal brennt, sage ich jetzt mal. Von daher würde ich dazu wahrscheinlich eher greifen. Aber gut, so soll es eben sein. Hauptbewaffnungs-Modifikation hat er hier vorne eingebaut. Man kann hier doch noch die Modifikation oder Magazin-Modifikation verbauen oder die Hilfsbewaffnungs-Modifikation. Also das sind eigentlich die typischen Optionen, da ist nichts Besonderes dabei. Ja, und das ist eigentlich die Ägile. Wir können noch einmal komplett rumschleichen um dieses Schiff, um die ganzen feinen Details hier so ein bisschen mal genießen zu können. Ihr könnt das ja langsamer machen bei euch im Video oder sogar mal Pause drücken, wenn ihr euch genauere Sachen angucken wollt, wenn ihr das Schiff nicht selber im Hafen habt. Hier die französische Flagge mit drauf, ein bisschen die Anti-Air. Hier steht nochmal schön Ägile drauf. Zwei riesen Schrauben da unten drin. Aha, sieht auch wieder wirklich schön aus. Die Wargame-Designer haben sich hier wieder richtig Mühe gegeben, das alles schön fein zu verbauen und auch möglichst genau zu verbauen. Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, so gut wie alles beleuchtet. Ich glaube, ich habe nicht viel vergessen. Wir könnten ja nochmal gucken. Wie gesagt, die Brandwahrscheinlichkeit ist recht hoch zu bringen. Man könnte, hier den Thanos-Meister hat er ja auch schon mit drin. Jetzt ist halt die Frage, wie man dann halt arbeiten möchte. Man könnte eventuell die Funk-Auto bringen, um Zerstörer jagen zu können, um mit den größeren Trefferpunkten und dem größeren Kaliber den richtig einzuheizen. Ein Inspekteur ist eine Überlegung wert, wer gerne mehr Verbrauchsmaterial benutzt. Man könnte hier Schießgrundausbildung skillen, man könnte verbesserte Schießausbildungen zusammen skillen. Je nachdem, man hat nur 19 Punkte maximal zur Verfügung und die wird wahrscheinlich jetzt auch noch nicht jeder haben. Jetzt sei denn, ihr habt auf den Kreuzern irgendwie schon Kapitäne hochgespielt. Dann wäre sicherlich der Elite-Schütze eine Überlegung wert, um die Drehzeit der Geschütze so ein bisschen runter zu bekommen, weil hier noch zweieinhalb Grad pro Sekunde schneller gedreht wird. Da sollte man dann bei um den 20 Sekunden landen. Und eins darfst du ja auch nicht vergessen, in der Sammlung ist ein Premium-Kapitän drin, der da sogar einen Bonus drauf hat auf den Elite-Schützen. Von daher sind es dann sogar drei Grad die Sekunde und dann sind die Türme sicherlich schon wieder ein bisschen mobiler. Ja, und das soll es auch schon von der Vorstellung gewesen sein. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar sinnvolle Informationen hier geben, euch einen kleinen Eindruck von dem Schiff bieten. Und ihr wisst jetzt, ob ihr es kaufen solltet oder nicht oder ob ihr euch darauf freuen solltet, ob ihr diese Missionen da fahrt, die 26 respektive 18 Missionen. Ja, und wenn ihr beides nicht wollt, ihr wollt weder Geld ausgeben, noch wollt ihr diese Missionen fahren und 18 von 26 Aufgaben erfüllen, dann lege ich euch ans Herz, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke daneben anzuklicken, um kein Video mehr zu verpassen, denn wir werden demnächst eine Egil verlosen. Das heißt, ihr kriegt eine Egil oder Eglé, ein Adler, einen französischen Zerstörer, den ersten im Spiel von uns geschenkt. Und wir werden demnächst dazu nochmal eine Gewinnspielankündigung machen, wo wir die Regeln erklären, welche dafür zu treffen sind. Und wir werden einfach alles rundherum erzählen dazu. Und ja, wenn ihr jetzt interessiert seid, wie gesagt, das Abo auf gar keinen Fall vergessen. Und ja, habt ihr Fragen zu dem Schiff? Habt ihr Ideen, was wir vergessen haben könnten? Einfach runter in die Kommentare damit. Und eine Bitte noch, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Natürlich auch gerne ein Abo, unabhängig von dem Gewinnspiel. Und teilt dieses Video, so häufig ihr eben könnt, in den sozialen Medien, um da auch andere darüber zu informieren, was die Egil kann und was sie eben nicht so gut kann. Wird uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und wir sagen einfach vielen, vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Maraja, euer Seekorsteam. Ciao, ciao! Ciao, ciao!